Hallo liebe Volleyballer, seit langem melde ich mich mal wieder in dem Format Erstliga-Neuling. Was gibt es Neues von mir persönlich und von den Grizzlies? Erstmal das Wichtigste für uns, wir können ein Saisonziel, nämlich den Klassenerhalt abhaken. Wir haben es nämlich geschafft am vergangenen Wochenende gegen den TV Rottenburg zu gewinnen und somit mit den drei Punkten den Klassenerhalt zu fixieren. Das war natürlich mega wichtig für uns und wir freuen uns, dass wir als Aufsteiger diese erste Hürde schon gemeistert haben. Jetzt geht es dann weiter mit dem Kampf um den Playoff. Wir spielen jetzt am Wochenende noch gegen Bühl und nächstes Wochenende gegen Düren und kämpfen natürlich noch drum, um uns auch kronend zu belohnen, jetzt im Abschluss der Saison mit dem Einzug ins Playoff und dann um die Meisterschaft weiter zu fighten. Was kann ich persönlich sagen? Zwischenresümee natürlich erstmal, ich bin mega happy, wie die ganze Saison verlaufen ist. Wir haben als Mannschaft uns total gut gefunden. Ich bin selbst auch sehr zufrieden mit meiner eigenen Entwicklung und freue mich darauf, jetzt die letzten Wochen hier nochmal alles zu geben, bevor es für mich dann zurück nach München geht, wo ich dann erstens die Saisonpause genieße natürlich und mich auch schon vorbereite auf die nächste Saison. Wie es dann dort weitergeht, erfahrt ihr bald. Bleibt bis jetzt noch mein Geheimnis. Erstmal so viel Zwischenfeedback von mir, bis zum nächsten Mal, euer Malte. Ciao, ciao.